Wir machen heute noch im Frieden und in dem Kungsfallerat. Kungsfallerat ist morgen wieder! Bei dem Kungsfallerat zogen die Leid zusammen und mir schlagen mit dem Flachhund auf die Tisch. Das wäre nicht ähnlich gewesen, weil beim ersten Kungsfallerat haben sich schon alle Katzen in ihre Schutzräume zurückgezogen. Die Einheimischen sind an den ähnlichen, freien Dich gesessen, wer noch Richtung Auskopf war, trinken zügig ihr Gläser aus und verlassen es lokal, weil sie sich halt bedroht sind. Weil das Kungsfallerat, das hängt halt alles in nix, das hört sich in jeder fremde Sprache wie Körperverlösen an. Aber wenn es nicht so gemeint ist. Bei stehen wir im Alkentohl bis an die Knie sind wir allein. Wir sind ganz allein im Lokal, aber das ist bei uns. Der Kugel, der Kugel, der kugelt den Kugel, der macht den Kugel ein bisschen klein und mit den Kugel. Der macht den Kugel ein bisschen klein, aber das ist nicht mit uns. Der Kugel, der Harald steht auf und hol den Kugel her und sagt, komm mal leer. Wie heißt du? Wie heißt du? Norme! Du, Norme! Ich, Harald! Wie heißt du? Norme! Der kleine Kugel steht vor dem Harald, wirklich kleiner. Pablo! Ayo Pablo! Ayo Pablo! An Klob!